Applaus für Samuel Sibilski! Mach die Musik aus! Danke auf jeden Fall nochmal an Safa und seinen schwarzen Kollegen! Keine Ahnung, was seine Funktion ist. Was machst du hier eigentlich? Ficken und koksen, glaube ich. Ja, er hat gesagt, man darf nicht dazwischenreden. Die erste Reihe ist auch nicht umsonst leer. Deswegen, die Leute haben Angst mittlerweile. Aber ihr beides ist da. Ihr braucht aber keinen... Wer seid ihr? Wie heißt ihr? Maya und Nicole. Können wir einmal ganz kurz einen schönen Welcome-Applaus für Maya und Nicole? Fühlt euch wohl hier. Fühlt euch wohl. Ihr seid Deutsche, ne? Wo kommt ihr her? Marokko? 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 Aber Nicole ist deutsch, ne? Du bist heute klar in der Unterzahl hier. Aber ist geil. Alle Leute sind freundlich. Alles ist gut. Es kann nichts passieren. Viele neue Gesichter hier. Viele neue Gesichter. Das ist schön. Du guckst gerade weg. Wie heißt du? Merwan. Wie heißt du? Merwan. Nochmal bitte, was? Merwan. Merwan? Wo kommt der Name her? Libanon. Libanon. Ihr seid gefährlich, glaube ich, ne? Trotzdem, Risiko weiter. Ist im Libanon Zwangsehe? Zwangsehe habt ihr? Laber nicht. Die ist dabei? Nice, Alter. Nice, Alter. Was ich immer gefragt habe ist, bei Zwangsehe macht man da trotzdem einen Antrag? Überragend. Willst du mich heiraten? Du weißt ganz genau, was ich habe. Ich muss doch heute. Du bist mein Cousin. So, mies, Alter. Nee, Mann, Alter. Merwan. Wie alt bist du? 31. Nice, Alter. Ü-30. I feel you. Pass auf, wir machen kurz eine statistische Erhebung hier. Guck mal, er guckt mich an nach dem Motto Statistik. Was? Statistische Erhebung. Wir fragen kurz. Wer in dem Raum hier, Arme hoch, ist im Alter von 16 bis 30? Einmal Arme hoch. Krass, das sind viele, Alter. Okay, wer im Raum hier ist Ü-30? 1, 2, 3, 4, 5, krass. Wir sind der krassen Unterzeit heute. Wir sind der krassen Unterzeit. Einmal ganz... Ruhig sein. Ruhig sein. Ruhig sein, bitte. Nice. Aber ich wollte kurz was sagen. Die Leute, die über 30 sind, wir sind die letzte Generation, die noch richtig geile Jugendmusik hatten. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Ende 90er, Anfang der 2000er, das war das goldene Zeitalter von R'n'B. Wir können, wir, Ü-30, nichts gegen euch, junge Leute. Aber wir, Ü-30, wir können bis zum Lebensende, können wir unsere Musik noch feiern, ohne uns zu blamieren. Wir können irgendwann im Altersheim mit Krücken noch so... Wir können das ringen. Die Leute U-30 können das nicht. Ihr könnt das auch, aber nicht ohne euch zu blamieren. Im Altersheim könnt ihr nicht... Geht nicht. Könnt ihr nicht ringen. Das ist geil. Aber ihr habt auch ein paar nice Songs. Nachher spielt ihr auch geile Musik. Neue Musik, ist geil. DJ, spiel mal das eine Lied. Ja, das ist nice. Aus, aus, aus. Überragend, Alter. I'll be fucking hoes and popping pillies, man I feel just like a... Ihr spaßt dies, Alter. Ihr könnt gar nix. Hauptsache, ihr könnt hinterher feiern, das ist geil. Aber wisst ihr warum das Lied nice ist? Wenn man was versteht. Man kann verstehen, was der singt. Man kann mitrappen, das ist ja grad der Spaß. Du bist auf der Party, du kannst mitrappen. Aber es gibt Lieder, du verstehst kein Wort. Es gibt nen Hit, ne? Es gibt nen Riesenhit. Verstehst kein Wort. Mach das mal an. Oder mal an. Was? Was? Was ist das? Das ist unfassbar. Ey, früher, ne? Ein Kollege kommt zu mir und sagt so, ey, der konnte mich noch fragen, ey, wie heißt das eine Lied? Ich konnte so sagen, okay, das ist von Jay-Z, das geht ungefähr so. Allow me to reintroduce myself. My name is Hope. H to the OV. I used to move Snowflakes by the OZ. Ich konnte ihm das vorrappen. Mehrwahn. Wenn dich jemand fragt, ne? Ohne Spaß. Das eine von Future, wie heißt das? Es geht irgendwie so. Katastrophe. Aber das Geile an den Deutschen ist, ja, ne? Egal, was die Amis für ne Scheiße machen, wir machen das nach, Alter. Ohne Spaß. Die Deutschen fahren denselben Film. Mach mal das eine Lied. Mach mal das eine Lied. Was? UFO-361, Alter. Überragend. Ja, UFO-Fans. Zu Recht auch, ne? Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Was macht der da? Ich schwöre, ne? Ganz kurz, ne? Wenn ich, ne? Rotzevoll bin, ne? Neben der Theke. Ich höre mich eins zu eins an wie diese Trap-Mumble-Rapper. Eins zu eins. Ich schwöre es euch. Rotzevoll im Club. Bruder, ich kann nicht mehr. Bruder, ich kann nicht mehr. Bruder, ich kann nicht mehr. Es wird immer krasser. Man bringt mir ein Wassermann. Ich will nach Hause. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nein. Ja, ja, ja. Ey, was muss UFO-361 für ein leicht zu erziehendes Kind gewesen sein? UFO! Hast du den Müll rausgebracht? Ja, ja, ja. Mach dir aus auf die, ja, ja, ja. Möchten Sie den hier anwesenden Herrn 361 zu... Ja, ja, ja. UFO beim MyFuPet-Choice-Test. Ja. Ja. Ja, ja. intuition вам medida? всю die gekladee operates... Vielen Dank.